So, zweiter Tag. Das Wetter ist nun schön. Die Orangen sind an den Bulmen. Die Sonne scheint. Das Problem ist bloß, es ist offensichtlich viel zu viel Wind. Aber wir fahren jetzt trotzdem an den Berg hoch und hoffen, dass wir da trotzdem noch mal irgendwann fliehen können. Ja, halt viel zu viel Wind. Und noch dazu kommt, dass ich Rückenschmerzen habe seit der Knochen. Ja, so ein Mist. Alle warten auf Wind. 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 Wie du dich sicher hast. Kommt gerade einer, warte mal. Da kommen gleich mehrere. Der PGD ist eher. Kommt noch einer. Bei dem schwachen Wind würde ich fast vorne vorwärts starten wollen. Nein, brauchst du nicht. So zu sehen, der kommt schön. Aber lass dir einen noch vorbei. Ja. Dann fliehst du auch nach rechts. Da kommt noch einer. Zwei. Na, da gucken wir mal. Ich kann es nicht korrigieren, jawohl! Lauf. Richtig, Lauf! Du sollst dich kippeln, Danny! Großes Ritter! Danny, du brauchst hier den Zettboot, dann kannst du hier nicht in der Expo-Planche bewegen. Erfst dich mal nach rechts, da ist kein Berand. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Andy, Andy, ich bin leider schon wieder gelandet. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja. 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 Can you pick me up again? I'm from Andy. I'm from Andy. He meant I should... Yes. Six million Euro. Six million? Oh fuck. Actually no, you're a friend of Andy's. Four million. Okay. I don't have that much. Yes. Very good. Ah, I love that you have a little ring on your thing. Ah. Thank you. And two Denny for Andy. Yeah, no problem, but... Yeah, Denny. I hurry up. Tell him I am picky. Yeah. He said, yeah, okay, but six million dollar. But since I come from you, only four million. Yeah, okay, but I can't save it side. I can't see. Yeah, okay, but I can't save it side. Tell me honestly. He comes up with me and ask me if he can go up with me. Yeah. But that's all right. Yeah, another guy from us landing soon. If the place, if you have place. We can get into the van until it's filled. Until it's filled. Okay. Yeah, we can reingehen, until the bus is full. Until there is no more space. And then I have to drive. It's starting to get really weak. So when we go up here, we're gonna discuss whether we go to the mountain. Ah, Daniel says that in the next one. Yeah. Yeah. No. Okay. Do we have a pump in the car or no? No. It's up to you guys, because you're gonna sit in the back. So it's up to you if you want to put your wing. Don't put it in the stop sack. Fences in here. No, I do the fuck. And you say that? Okay. Fuck, that's a long walk for you, dear. Fuck it, buddy. Yes, yes, yes. One of you guys is starting right now. I could just throw it in. It's up to you guys. How far away are you from driving away? I ain't just gonna drive. Right now? No, 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 no. No, 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 no. Move your cane. Get ready? You're gonna grow. Get ready? I'm gonna lose your cancel. Nice with good get ready. I left here5.